hallo liebe leute willkommen zu einer kleinen folge und zwar lol du bist bei mir unsichtbar und zwar wir verarschen gerade übelst die cops die suchen uns wir haben handy angemacht und wir werden da seht ihr zwischen sf und lv auf der brücke angezeigt und jetzt haben die das wohl gemerkt ich verarsch die mal so ein bisschen don't don't so direkt sagen nachher sehen wir uns so komm wir feiern lol ich sehe gerade gar nicht wo ich hinfahre hast du nur unsichtbares auto? ja ich habe auto gewechselt oh ja warte ich versuche gerade zu fahren lol wo fahre ich denn jetzt hin ja deswegen habe ich auto gewechselt ja ok ich wechsle auto ja aber ich muss eh gerade schreiben ein bisschen versuchen kann man ja noch was ist eigentlich mit agro los? warte warte so guck mal nein nein vielleicht raffen die dann gar nicht dass wir hier sind weißt du ne ich respektiere jetzt gerade der aha pass auf da kommen die hier rein du machst einfach so aus dem survey auto auf einmal machen die einfach mit dir ja ja der rafft das gar nicht der rafft das nicht du hast meine lichter verpackt gemacht du arsch ey du hast mein rechtes vorderlicht kaputt gemacht du arsch oh ja ich habe gar keine lichter mehr hast bäsch uuua uua 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 lass meinen guten Fahrstil in ruhe ach du kacke dann brauche ich dich halt so nett irgendwo lassen komm her du knecht uua uua volle breite uua 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 üua uua uuua uua 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 Lass mal rausgehen. Aber ich fahr nicht mit meinem Auto. Ja, mein Auto ist geflipst. Ja, fahr mal mit deinem. Kippen wir da oben. Mein Auto ist geflipst. Ja, und flippen wir da oben. Ja, geht nicht. Es explodiert. Was? Ja, das war überhaupt gut. Ist kaputt? Ja. Wo ist das denn? Das ist, äh, rechte. Ist auf jeden Fall kaputt. Kaputt. Mach Handy wieder aus. Nö. Komm mit. Ah, ne, da hat man da lang. Kommen sie rein, kommen sie raus. Und wie sie sehen, sehen sie nichts. Nichts? Da hinten liegt das doch. Mein Gott, was hast du denn für Probleme? Wie, das explodiert. Das explodiert nicht. Das ist explodiert. Da. Ey, das ist ein Auto. Ja, ach, und was meinst du, was Autos tun? Ich komm da nicht hoch. Ja. Ich bin zu innen gekommen. Fahren. Wo geht's denn hier raus, mein Gott? Ja, wo Ausgang steht. Ach, sag an. Ja, hab ich doch gerade. Mach Handy aus. Nö. Warum nicht? Oh, dein Auto ist explodiert. Oh, mein Auto ist explodiert. Was glaubst du, was? Keine Autos explodiert. Was hast du da mitgemacht? Ne, ich bin weggerannt. Auf einmal Peng. So wie bei Co-Brefa. Die rennen weg und hinter dem, bam, fliegt das in die Luft. Mach schon wieder was von meiner Gruppe. 5 neue Nachrichten. Aha. Ach, ich sehe den Fleck. Wo bist du? Ach, ne. So, was machen wir denn jetzt? Sollen wir Bullen für ein Taxi bestellen? Ja, warte mal. Ne, ich bin hier. Ja. Taxi. Ich warte mal auf der Brücke. Guck mal, er direkt. Ja, jetzt gibt's endlich wieder was zum Arbeiten. Ne Papa, Schlumpf. Hör mal hier, das ist mein Vater. Das hat nichts gegen Papa Schlumpf. Hallo. Irgendwas war mit meinem Internet, sorry. Sicher auch. Ja, sicher. Es ging nicht mehr, ich hatte keine Zweckzugrücken. Okay. Wir sind gerade in der Aufnahme, ne? Sag mal hallo. Oh. Hallo. Ja. So. Und jetzt warten wir noch kurz auf die Cops. Hast du dein Handy immer noch an? Ja. Ja, wir brauchen ja ein Taxi, die müssen ja wissen, wo wir sind. Also, ich bin ja, ich bin ja bereit. Nur so ein kleines bisschen. Ja, ja, ja. Ach, jetzt kommt der mit Hunter, ich will es kommen. Über uns! Bomber! Ja, Airstrike, ne? Ja. Ja, wen nur gerade. Ich fahr so am PD vorbei, auf einmal sehe ich da einen Airstrike. Ja, der hat mich weggesprengt. Ja, jetzt weiß ich auch warum, jetzt weiß ich auch warum da ein Airstrike war. Kann ja nur du sein. Ja. Ach, der, von irgendwo snipet der. Hat Avi überhaupt einen Sniper? Weiß nicht. Alles für die. Glaub schon. Wart, sind die behindert? Wir sitzen fest, sag wir sind in der Pampa. Irgendwo. Der soll mich ordnen, der Vogel. Orte, Drusti. Genau. Wo bist du denn? Ach, da. Hier. So, warte. Die müssen jetzt kommen. Jetzt kommen die irgendwie mit Hydra. Ey, wo kommen die mit Hydra? Spielst du einfach so random in die Luft? Oh, boom. Dann lauf es der behindert vor. Da laufe ich jetzt hin und hau den. Achte, jetzt laufen wir und dann fährt er auf einmal zu uns. Lara, kommst du auch, PD? Hallo? Auf zu den Firma. Drusti, auf zu den Firma. PD. Nein. Kann ich mich eigentlich irgendwie in meine Base porten? Slash, 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 TP, Base. Geht das? Ja. Soll ich mir eben ausholen? Nein. Warum nicht? Ja, versuch. Ja, soll ich? Ja. Ja, okay. Soll ich wirklich? Ja. Ja, okay. Ich warte hier. Geht nicht. Ha! Wie kannst du das glauben? Genau so. Hamburg-Nast-Denken. Nur mit deinem Leben. Ha! Höre Schüsse. Gut, Leute. Das wart für die Folge. Ich denke mal, in den nächsten paar Minuten wird nichts Spannendes passieren. Von daher. Ja, ne? Äh, ja. Von daher. Bis irgendwann mal. Tschüss. Tschüss. Ach ja, tschüss. Tschüss. So, Leute. Wir kommen zurück. Hier ist gerade Action. Geh wir sie weg da. Geh weg. Die versuchen wir irgendwie zu snipen. Ihr fährt mit einem Swat-Panzer-Fraum. Was? Soll ich die Panzer-Fraum benutzen? Komm, YOLO. Da kommt einer drüber. Komm hoch, die, komm hoch. Macht mehr Damage. Was? Die MP5 auf Nahkampf, das macht mehr Damage. Habe ich nicht. Dein hier? Ja. Scheiße. Wo sind die? Wo sind die? Woa. Äh, wir sind Groove Street. Du kriegst dich nie, du Schwein. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab, ich hab 2% oder so. Scheiße. Okay. Ich bin auf der Autobahn. Neben der Groove Street. Ich bin da rüber gekommen. Darüber sprung. Ja, nämlich. Hier ist eine Mauer. Ja, muss weiter lang gehen. Da ist irgendwo eine Lücke oder kannst du auch irgendwann hochhüpfen. So bei Croo... Ja, auf der Autobahn. Auf der Autobahn. Ey, Rost, ich schau mal mal leicht. Ey, ich mach Handy aus. Oh, wie? Ich glaub, den anderen hab ich mit der Panzer-Fraum unterwegs. Hm. Ich hol mir mal eben eine Pizza. Ey, ich hab noch Dum-Dum und Pfeffermunikon. Boah, danke. Ich bin tot. Oh, lol, danke für die Pizza, aber. So. Das ist Elvin. So, Rost, wo bist du? Auf der Autobahn. Werd beschotzen von Sniper. Uuuuuh. Welche Richtung bist du gelaufen? Richtung, Richtung, äh, Arena. Derby-Arena. Hm. Ich guck mir mal eben meine Gruppe an. Schnell. Oh, da ist ein Polizeiauto. Und hier? Da, 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 hey, hey, pscht, hey, hey. Hey, hallo, hey. Hallo. Oh. Bewegt den Arsch. Nein. Nein. Ja, toll. Ja, 60 Minuten kann man schon mal im Knast sein. Okay, Leute. Der Knast ist nicht so eine krasse Action, von daher, äh, tschüss. Bis auch im Knast. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschau. Tschüss.